... gesichert. Rakete ist unterwegs. Alles konzentriert sich auf das Primärziel. Die Vorhut der B-Kompanie kriegt Luftunterstützung bei der Satellitenfarm. Die Luftabwehr wird alles vom Himmel holen. Auch unsere Rakete. Unsere Pasta müssen diese Geschütze ausschalten. Kommando, wir brauchen Luftunterstützung an der Brücke. Verstanden. ACM sind unterwegs. Bewegung, Major 1. Die Brücke ist frei. Ziele, 2 Uhr! Rock, bei der Hand ist effektiv. Sie sind zu außen. Weißlinien wurden durchbrucht. Rücken zum Primärziel vor. Scheißen wir alle raus und nicht belegen. Raus! Raus! Runter von der Brücke! Feindliche Luftabwehr muss zerstört werden, damit der Hand ist effektiv ist. Verstanden, Kommando. Reindliche Luftabwehr muss zerstört werden, damit der Hand ist effektiv. Durchbrechen gleich das Tor. Die Luftabwehr muss zerstört werden, damit der Hand ist effektiv. Unterwegs. Die Hand ist in dem Zielbereich. Die Geschütze ausschalten. Geschütze sofort zerstört. Geschütze sofort zerstört. Treib hier mich bereit. Feuer! Gehau! Raketen-Erfassung! Gehau! Angetroffen! Tor-Raketen offline, noch kampfbereit! Verlieren die Traumlicht-Flüssigkeit-Betscher ein! Sieh den Tor-Fuhr! Reindliche Luftabwehr ist bereit! Die Luftabwehr ist schnell! Feuer! Feuer! Optik und Hämmer-Ansicht hin! Seid ihr Tor! Gehau! Seid ihr Tor! 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 Die Geschütze ausscheiden! Die Geschütze ausscheiden! Kommando Luftabwehr wurde ausgeschaltet. Der Weg für das Paket ist frei. Alle Einheiten. Bereich evakuieren. Ladung ist unterwegs zu ihren Koordinaten. Wiederhole. Ladung unterliegt. Badger-2, verreicht! Bewegt einen Arsch, Soldat! Badger-2 ist außer Gefecht. Wiederhole. Badger-2 ist außer Gefecht. Keiner der Mannschaft lebt noch. Starten, evakuieren. Auf den Panzer! Auf den Panzer! Mein gesichert. Setz eine Extraktion von Charlie-Delta fort. Bewego-Badger-1. Saki, nein, Saki, 30 Sekunden. Find diese Helikopter. Bei uns, diese Bergerling! Achtung! Einsturz! Kommando, der Komplex ist zerstört. Wiederhole, zerstört! An alle Einheiten, Kommunikation getrennt. Grünes Licht für Phase 2. Wiederhole, Phase 2 freigegeben. Icarus, Brutemission erfolgreich. Sie sind blind. Beginnen Sie den Angriff. Verstanden. Zweite Stufe abgetrennt. Nähe an uns Ziel. Icarus, hier Kommando. Sie sollten jetzt Sichtkontakt zur Station haben. Der ist ziemlich groß, Kommando. Ein ganzer Ring-Föderations-Satelliten lädt gerade auf. Merrick hier. Wir halten hier unten nicht lange durch. Rein da und erledigt es. Verstanden. Gehen rein. Schwere Föderations-Verstärkung greifen unsere Bodentruppen an. Lagebericht. Achtung, Merrick. Wir haben es zur Station geschafft. Beeilung, Icarus. Haben hier unten schweren Beschuss. Icarus im Anflug. Es wird heiß. Übernehmen wir diese Station. Dann lassen wir es selber krachen. Anzüge aktiviert. Feindkontakt in Deckung. Ziele! 12 Uhr hoch! Vorsicht! Die Treibstoffleitung brennt gleich! Feindkontakt in Deckung! Ziele! 12 Uhr hoch! Kontakt auf 2 Uhr! Vorsicht! Die Treibstoffleitung brennt gleich! Mach sie fertig! Mach sie fertig! Kontakt auf 2 Uhr! Es kommen noch mehr Ziele von der Zentralrucke! Sofort ausscheiden! Kontakt auf 2 Uhr! Der Steibstoffleitung brennt gleich! Dann kommen Sie zuerst! Wir haben noch mehr Ziele von der Zentralrucke! Über 20 Jahre! Sie sind noch mehr Ziele von der Zentralrucke! Jetzt haben Sie die龍 und ihn nicht im Rücken! Jetzt bringen wir bei der Zentralrucke! Es kommen noch mehr Ziele von der Zentrallucke! Macht sie fertig! Kontakt einrufen! Wir können nicht stoppen! Bewegung! Ziele, 12 Uhr hoch! Achtung, Icarus! Haben die Trägerflotte verloren! Lagebericht! Sind beim Kontrollraum! Wir nehmen jetzt den direkten Weg! Wir müssen die Außenwand durchbrechen! Weiter Druck machen! Geheimnis! Wir müssen das um sie vorbehalten, wenn wir hier ONE hoch im Jacques Diese Ziele angreifen! Alles sicher! Vorwärts! Unsere Bodeneinheiten mussten sich zum Landeplatz zurückziehen. Sie werden von einer ganzen Demission angegriffen. Wir brauchen diese Station. Verstanden! Brechen jetzt durch! Die Ladungen platzieren! Ladungen platziert! Hoffentlich funktionieren diese Dinger hier. Sicher! Übernimm die Steuerkonsole! Achtung, Merrick! Haben Kontrolle über die Station! Verstanden, Icarus! Übermitteln feindliche Position! Zeigt es ihnen! Okay, Satelliten 3, 4 und 8 geladen und bereit. Thompson, Abschluss einleiten! Alle Stäbe unterwegs! Stelle Verbindungen zur Zieldrohne her! Drohne erreicht Einsatzbereich! Oh Mann! Icarus! Feuer auf! Schwer gepanzerte Bataillone konzentrieren! Zielerfassung online! Feuer sind bereit! Himmel! Was haben sie gespürt? Icarus! Dosen sind auf dem Zug Richtung Südwest, der durch ihr Zielgebiet kommt. Feuer einstellen! Wiederhole! Verbündete auf dem Zug! Thompson, auf das Zielfeuer! Icarus! Übertrage Panzerkolonne der Foderation! Vorsicht! Sie sind genau unten bei euch! Der große Zielverdiener! Große Arbeit, Icarus! Die Kondinaten erreichen unter Rasse zählen! Die Panzer wurden neutralisiert. Rote Einheiten werden frankiert. Besteht Sichtkontakt! Sichtkontakt bestätigt! Ziel wird erfasst! Gute Arbeit, Icarus! Lokale Truppen können sich um die restlichen Feindeinheiten kümmern. Bereiten Sie sich vor, verbleibende Föderationsschiffe bei... Icarus, warten Sie! Icarus, besteht weiter Sichtkontakt zum Zug Südwest? Bestätigt! Vorherigen Befehl ignorieren! Den Zug erfassen und feuern! Aber Sir, es sind Ghosts auf dem Zug! Der Befehl kommt von den Ghosts! Bestätigt! Wiederhole! Bestätigt! Auf den Zug feuern! Thompson, feuern wenn bereit! Dad hat uns viel beigebracht. Doch eine Lektion war besonders. Gute Männer definieren sich über ihre Entscheidungen. Logan und ich haben ein Versprechen gegeben. Den gefallenen Ghosts und Dad. Wir würden Rock schnappen und ihn aufhalten. Um jeden Preis. Sag Rock, wir holen ihn uns. Sag's mir doch einfach selbst. Du bist erledigt, Rock. Beenden wir es. Icarus scheint Kontrolle über die Stäbe zu haben. Bleibt nur noch Rock. Na los! Rock muss vorne in Zug sein. Gehen wir! Feindkontakt! Sie wollen zu der Ladung! Schlafschätze, 12 Uhr! Schlafschätze, 12 Uhr! Bei der Ladung in Deckung! Was ist das für mich? Wir erreichen Rock schneller über das Lach. Achtung! Alles klar, Logan? Bewegung! Helis, in Deckung! Die Schützen aushalten! Guter Schuss! Heli ist erledigt! Gehen wir! Rumpa! Die kommen an den Seiten rauf! Gehen wir weiter! Gehen wir weiter! Gehen wir weiter! Okay. Verstehen wir weiter! Gehen wir weiter! Gehen wir weiter! Gehen wir weiter! Rückg Male! Ich bin aus Ne教 ra sind! Gehen wir weiter! Gehen wir weiter ihr catches. Das war's für heute. Was ist das? Ich brauche ihn! Keine Ahnung! Sicher, holen wir uns den Bastard! Brock sitzt fest! Er weiß, dass wir kommen! Merrick, hörst du mich? Hör dich, Hash. Wir nähern uns, Rock. Wenn du Schachmatt hörst, schießt du auf unsere Position. Bestätige. Wie bitte? Bitte wiederholen. Du hast mich gehört. Auf Schachmatt. Feuer auf den Zug. Wir dürfen nichts riskieren, Logan. Auch wenn wir versagen, stirbt, Rock. Okay. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Rock sitzt fest. Er weiß, dass wir kommen. Merrick, hörst du mich? Hör dich, Hash. Wir nähern uns, Rock. Wenn du Schachmatt hörst, schießt du auf unsere Position. Bestätige. Wie bitte? Bitte wiederholen. Du hast mich gehört. Auf Schachmatt. Feuer auf den Zug. Wir dürfen nichts riskieren, Logan. Auch wenn wir versagen, stirbt, Rock. Okay. Drei, zwei, eins. Weg damit! Jetzt! Du hast verloren, Rock. Es ist vorbei. Schachmatt. Schachmatt bestätigt. Was? Was war das? Was hast du getan? Game over, Rock. Rock. Es ist vorbei. Schachmatt. Schachmatt. Rock. Schachmatt. Bistar. Bistar. Mark. Elder schachmatt. ỏk van. Nimm die Waffe! Logan, hier! Nimm die Waffe! Nimm die Waffe! Du... Du hast ihn erwischt, Logan. Du hast es geschafft. Merrick! Kommen! Merrick! Hörst du mich? Hash! Hash, bist du das? Ja. Ich bin bei Logan. Wir sind okay. Und Rock? Tod. Er ist tot. Verstanden. Die Föderation zieht sich zurück. Es wird jetzt und hier noch beendet. Halt durch! Sie holen dich ab! Ich bin stolz auf den Glauben. Ich bin stolz auf den Glauben. Es ist ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist die Survival of the fittest Das ist Do or Die Das ist die Winner, takes it all, so take it all Wasn't ready to be no millionaire I was ill prepared, I was prepared to be ill though The skill was there, from the beginning it wasn't about the ends It was about busting raps and standing for something Fuck an acronym, cut the fucking act like you're happy I'm fucking back again with another anthem I stop when it doesn't have to end It ain't over till I say it's over, enough when I say enough Throw me to the wolves and close the gate up I'm afraid of what'll happen to them wolves When the thought of being thrown into an alligator pit I salivated it, Raiders up, hands up like it's 12 noon Nah homie, hold them bitches straight up Wave them till you dislocate a rotator cuff Came up rough, came to ruffle feathers Nah egos, I ain't deflating A last chance to make this whole stadium in rust This is the survival of the fittest This is to all die This is the winner takes it all, so take it all I can see the finish line with each line that I finish I'm so close to my goals I can almost pole-vote over the goalpost And if I don't got enough in the tank, maybe I can just siphon enough To fill up this last can, man, will I survive in this climate or what? They said I was washed up and got a bloodbath I'm not a rapper, I'm an adapter I can adjust Plus, I can just walk up to a mic and just bust So, floor's open if you'd like to discuss Top five in this motherfucker And if I don't make the cut, what? Like I give a fuck I'ma light this bitch off like I'm driving a truck To the side of a pump Zero to sixty, hopping and gunning Like G-O did without the hyphen I'm hyping them up And if there should ever come a time when my life's in a rut And I look like I might just give up, eh Might have been stuck Me for bowing out, I ain't taking a bow I'm stabbing myself with a fucking knife in the gut While I'm wiping my blunt Cause I just shitted on the mic and I like getting cut I get excited at the side of my blood You're in a fight with a nut Cause I'ma fight till I die, I win Biting the dust, it'll just make me angrier Wait, let me remind you of what got me this far Picture me quitting, I draw a circle around it And then put a line to it smart It's survival or what? This is survival of the physics This is do or die This is the winner Takes it all, so take it all So take it all So get your ideas, stack your hammer But don't come unless you come to battle Now now I'll jump in the saddle This is it, it's what you eat, sleep, piss and shit Lit breed, your whole existence just consists of this Refuse to quit, fuse is lit Can't defuse the whip I don't do this music shit, I lose my shit Ain't got shit to lose, it's the moment of truth That's all I know how to do As soon as I get thrown in the booth, I spit But my respect is overdue I'm showing you the flow, no one do Cause I don't know no diploma for school, I quit So there's nothing for me to fall back on I know no other traits So you better trade your fucking mics in for some toolboxes Cause you'll never take my pride from me It'll have to be pride from me So pull out your pliers and your screwdrivers But I want you to doubt me I don't want you to buck leave Cause this is something that I must use to succeed And if you don't like me, then fuck you Self-esteem Must be fucking shooting through the roof Cause trust me, my skin is too thick and poor luck proof To touch me, I can see why the fuck I disgust you I must be allergic to failure Cause every time I come close to it, I just sneeze But I just go with you Then I'll cheat This 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 Survival of the 50s This 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 Do I die This 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020